Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Daisy, stand alone. Zu zweit. Die Suche nach der... ...Tanker. Morgenröte. Naja, das dauert noch ein bisschen. Wir fahren endlich mal nachts. Und das ohne Licht. Na, außer mit Partybeleuchtung. Zzzzzzzz. Boah, das sah grad aus wie so ein LKW-Dach. Und damit gehen wir an. Es gibt ja auch diese weißen... ...wie Gaspolen-Dings da, warum sind die großen da? Ist da vielleicht auch Sprit drin? Diesen weißen Containern da? Die manchmal irgendwo rumstehen. Weiß ich jetzt grad nicht, wie man das nennen kann. Weiß ich nicht. Eigentlich würde ich das weiße Auto ja auch da stehen, dass das immer zwei da stehen, aber eigentlich brauchen wir das auch nicht. Ja, die brauchen wir da nicht mal eins, aber hauptsache steht wenigstens mal was. Ja, wenn man wirklich mal in der Lehne spielt und hier unten spawnt. Oder einfach mal laufen will. Weil ich hatte, ich hatte jetzt Bock auch drauf, so was wir jetzt gemacht haben. Aber gut, im Dunkeln... Es war schon geil, es war mal was Neues. Hä, warte. So... Tankstelle... Ach, nach dem Dorf. Oh! Er ist halt hier im Zweiten, ich hab einmal Q gedrückt. Wow, hier haben wir das Auto abgeholt. Ja. Und kein neues gespawnt. Die spawns auch wieder frei. Er ist spannend, wenn ihm die nächste spawnen. Ja. Aber... Alter, ist das edlich, ey. Tankstelle, ey. Nee, er ist nach dem Dorf. Ich weiß jetzt, wo eine kommt. Soll ich mal auf die Map gucken? Nee, nee, ich weiß, wo eine kommt. Alter... Ich weiß nicht, keine Ahnung. So, links stand auch mal ein Auto hier. Wir fahren mal ganz kurz ran. Junge, Alter! Alter, es ist so lächerlich. Ich mag dieses weiße Auto wirklich nicht. War das... Nee, es war nicht hier, oder? Weiß das noch? Ah, hier sind Garagen aber. Okay, dann waren hier wohl Garagen. Keine Auto. Äh, keine... kein Auto. Komm schon, Scheinwerfer. Aber ich hab ne Vorschlagkammer. Und hier liegen Blechteile. Ein Denkmalgebau. Wir brauchen eigentlich noch Blechteile. Die müssen wir eigentlich dringend mitnehmen. Eigentlich schon. Für den Bunker. Hier ist nochmal ein Drahtgeflecht. Das ist mitgenommen? Das Drahtgeflecht? Nee. Ach, das Ding. Ja. Ist doch Drahtgeflecht, oder nicht? Ja, ich hab die Drahtrolle gedacht, ja. Ach so. Scheiße. Aber nur weil's Nacht ist, finden wir keiner. Ach, Benno, Benno. Hätte ich mal vorhin die einzelnen nicht noch weggepackt. Ja, es sah aber so aus, als ob's Tag wird. Passe ich rein? Boah, eine Reihe fehlt. Boah. Ist egal. Nimm einfach in die Hand. Jetzt hab ich alle drei, ey. In der Hand? Mhm. Mhm. Versteh's nicht. Oh, oh. Ach, hier sind wir. Guck mal, da links. Ja. Ja. Das hab ich mir auch aufgeschrieben. Den nehm ich in die Hand. Siehst du, dann kann ich ihn auch gleich wegmachen. Aha. Ja. Alter, lenkt doch wieder zurück, Junge. Ich hab grad überlegt, ich war doch hier. Das kenn ich doch. Alter, Schwede, das arme Auto, ey. Wow. Der hat grad übelst geschrien, Alter. Das ist irre. Bin ich so... Ist hier angestrengt. Wo ich die Tonne aufgehoben hab? Ja. Ich hab ne Frau. Was soll das jetzt heißen? Das ist eben männlich. Ja, darum hat er sich auch angestrengt. Hm. Darum hat es sich auch angestrengt. Alter. Lenk normal, du scheiß Auto. Oh Gott. Ja, Kalle. Lenk normal. Ich krieg Angst bei dir. Nächster Gang, das hört sich so an. Das muss so. So wie dein Knie, ja. Oh, aber was für ein Auto war das? Hier, da. Diesen Gas-Tank, der nicht gerade war. Der weiße. Ach so, nee. Da ist ja Gas drin. Kein Benzin. Ethanol. Nee, nicht Ethanol. Gas, ja. Pupsgas. Scheiß-Haus. 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 Uuuuh. Was steht da rechts? Das ist ja, ich dachte schon. Hä? Ich mach mal eine Fille. 992. Nein. Hier muss definitiv eine Tankstelle kommen. Hier haben wir nämlich das eine rote Auto. Ach, da vorne ist sie. Ich hab sie. Da ist sie. Wollte ich gerade sagen, hier bin ich ja gespawned, wo ich gestorben bin. Ich wollt grad sagen. Die Schöße. Ja. Die ist ja auch ein Auto-Spawn freigeboren. Oh nein. Ja. Stimmt, ja. Fuuuck. Fuuuck. Was soll ich hier? Alter, das gibt's doch gar nicht. Achso, ja. Wollte ich grad sagen. Das ist meine Zapfzäule. Nein. Hau ab jetzt. Nein. Huh? Hä? Ob du bin ab jetzt? Das wollte ich dich grad fragen. Fricke mal. Schlecken. Du alle. Pissnudel. Du. Was, du. Pissnudel. Sag mal. Ich piss hier gleich mal auf. Oh. Äh. Warte, was? Ja. Jetzt weiß ich nicht. Das ist interessant. Tell me more, tell me more. Und dann überlegt, ja. Und das so mitgekriegt. Äh. Boah, ist das widerlich. Ja. Aber lieber widerlich. Start. Widerlich. Äh. Boah, wie wir gleichzeitig fertig waren. Scheiße. Hä? Was ich grad sagen? Passt doch nicht rein. Scheiße. Wie kriegen wir jetzt hin? Dass der sich dreht. Warte, 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 warte. Warte. Ich krieg das hin. Ich hab's noch nicht hingekriegt. Ja, ich hab's. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich hab's. Kannst du noch zwei rein denn? Nein, nein. 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 Also da muss das Video noch zwölf Minuten gehen. Wir müssen noch was machen. Ne, warte mal. Acht, sechzehn, vier Minuten haben wir hier für Zeit. Ein bis zwölf nach. Dann müssen wir wieder zurück. Weil wir haben ungefähr so lange gebraucht bis hierher. Hö, 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 hö. 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 Ja, 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 ja. Da lo kennen wir uns aus. Da machen wir den Servier aus und dann ist alles gut. Boah, ich hab's wieder Rechtsklick gemacht. Nicht trinken, ne? Die Brühe. Ich will aber. Ich will das trinken, sag ich dich. Bis ich tot umkipp. Das wär mal geil, Alter. Einen Fesseln, Alter, und den Zwangsernähren mit Benzinkanister. Ja, geht doch. Kannst du ja machen. Dein Feuerzeug in den Arsch. Ich will auch ran. Nee, lieber nicht. Komm doch ran. Komm ran auf zwei Kilometer. Günter. Wer jetzt erst fertig ist, dann hier mal durchgucken, ne? Die ganzen Gebäude. Also, naja, die Garage vor uns und das kleine Häuschen da. Ich will wenigstens eine Lampe haben. Das reicht mir. Voll und kommen. Vollgekommen. Weißt du, was ich komisch finde? Teilweise spielen wir wirklich zwei, drei Stunden am Stück. Und es wird nicht dunkler. Ja. Jetzt die Frage, kann's auf diesem Server auch stockenduster werden? Hat man doch schon. Auf dem hier? Ja. Wow. Wow. Okay, du kannst losgehen. Warte, wie viel Prozent habe ich jetzt noch im Kalister? Zwei Prozent. Da kommt schon wenigstens eine Lampe, Manu. Mach mit Kluglieg. Ah, ne BK 133 und der Baseballschläger. Ah, ich kann nicht mehr laufen. Achso, wie in dem Fass, ne? Mhm. Warte mal, wir kriegen doch beide Dinger hier mit, ne? Naja. Doch, klar. Wieso, klar? Wieso, zwei Fässer? Ja. Ja, und das Fass. Und... Ja, ich hatte doch auch noch was in der Hand, aber nicht. Ja, das Fass, ein Fass, weil du drei Fässer hattest. Boah, ich kann auch nicht... Ach, das Blech vorhin, ja. Stimmt, das Blech hab ich ja jetzt reingekriegt. Das hab ich ja mit den... ...dingern ersetzt. Da lang. Hä? Hä, was machst du jetzt? Wie ist denn das? Ne, weiß ich. Darum frage ich dich ja, was machst du denn da? Oder... Hast du irgendwas gesagt, von wegen Garagen gucken? Nein, nicht Garagen, diese... ...kleinen Dinger hier. Kann die olle Putzer nicht mehr rennen. Das war ich. Weiß ich. Darum frage ich ja. Achja. Oh, der war zu früh geschaltet. Wie voll ist dein Knicklicht noch? Guck mal. Nein. Aber noch nicht mal bis zur Hälfte. Heftig. Hast du das wieder dran? Ja. Alter, ey, wir haben so viele Lichter zu Hause. Willst du den Server an- oder auslassen machen? Also... Anlassen oder ausmachen? Von meiner Seite aus kann er auch anbleiben. Wow. Das war mal gucken, wie spielen. Dass wir wirklich mal ein bisschen Nacht... mehr Nacht haben. Würde ich gar nicht so verkehrt finden. Aber mit Licht das nächste Mal. Das gelbe Auto der Saar-Car ist leider auch nur Deko für mich. Ja, obwohl der lenkt geil. Dieses Handling ist schon cool. Ja, schnell fahren muss man eh nicht, oder? Das sagt der, der mich überholt hat. Mit 150. Jetzt 100 würde noch easy ausreichen. Aber das ist mir auch schon zu viel. Du hast mich überholt vorhin. Hallo? Günther? 60 würde für mich ausreichen. Das ist jetzt... Warte, wir fahren jetzt 60. Okay, doch. Wir fahren bei 70. Na, 100 ist schon okay. Eigentlich geil, wie wir fahren. Wenn ein Bug kommt, fahren wir auf einmal 250 ganz kurz. Hm. Ja, die ist nach vorne backen. Dann müsste man öfters kommen, wenn wir gerade eine Ausstrecke haben. Ja. So 200 Meter, 250 Meter nach vorne. Dann bringt der 5. Gang auch was. Ja. Ey, das verstehe ich sowieso nicht. Der Golf hat 5 Gänge und im dritten Gang... höher brauchst du gar nicht schalten, weil er nicht schneller kommt. Gib ihn! Zieh! 105. Ja, so schnell kann der Saka auch. Gleiche Motor wahrscheinlich. Umgelabelt. 107, Junge! Alter, dass der Motor nicht rausfliegt, ey. Ich verstehe es nicht. Genau vom gleichen Hersteller. Äh, hast du eigentlich bei mir gerade geguckt nach einer Glühbirne? Ich nehme ich nicht. Was? Hast du gerade an einer Glühbirne? geguckt bei mir zuhause hier? Ich nehme ich nicht. Ich werde so lachen, wenn wir es einen haben. Ja, ich bin auch ganz schön müde. Uiuiui. Bauchkribbel bei diesen Huckeln. 112, Junge! Zieh! 111. 12! Runter, Bramson! Runter, Bramson! Bramson! Lass aber auch da sein. Ich kann wieder Gas geben. Bramson! Hallo? Alter. Braucht ihr auch noch dagegen pelzen? Wer? Du? Dann lass das! Du! Dann reicht hin hier, es drückt schon wieder auf. Wo kommen die Benzinverseien? Komm mit! Ach ne, Quatsch! Komm mit! Ist gelbe oder was? Ist gelbe! Vorsicht! Sir! Oh fuck! Der Reifen... Ich nehme die Spitzhacke raus. Ich nehme den Reifen auch raus. Den packe ich woanders rein. Das war's schon. Wo kann ich sagen? Reifen habe ich doch gerade. Spitzhacke mache ich hier, wo die Axt ist. Wo ist das dritte Fass? Ach du noch. Die ist draußen vor der Tür. Nein, äh nicht Fass, äh Benzinkanlister. Meine ich. Ich hatte nur den. Ja du hattest einen. Achso das andere ist im Auto. Stimmt ja. Haben wir ja so clever gedreht. Ist die Frage, hätte das gedreht bleiben sollen? Nö. Gut. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz den Zelt auf. Oder vielleicht doch eine Glühbirne hätten. Das wärs jetzt. Oh Gott, hier unten ist so viel Kleinkram. Nee. Ich muss hier mal aufräumen. Ist einfach hier reingeschmissen. So richtig lieblos. Hinten war doch gerade. Ach, ich bin in dem Auto hier. Schweine. Er sitzt da nicht, Alter. Es steht doch 10 von 20. Warum kann man die nicht auf 20 Staben hinten lächeln? Äh, hier liegt eine rote Heckklappe. Echt, ja? Ja. Das weiß ich gerade gar nicht. Braucht man die rote Heckklappe noch? Oh, ich merke mir das nie. Rote Heckklappe. Ja. Können sie einfach zur Not mitnehmen. Ja, gut. Kannst du in der Hand nehmen, ja. Jetzt ist im Auto wieder Platz. Ich hab das jetzt erstmal hier unten hingepackt. Wow. Wir brauchen es ganz vorne. Obwohl, das geht eigentlich. Der Oma mal hält den Platz mehr. Na gut, doch. Vielleicht den alten Autos noch. Ach, hätte ich jetzt gerne eine Lampe fürs Auto. So. Gut. Ja. Die erste Folge, die ein bisschen kürzer geht. Naja. Gut. 17 Minuten. Naja, gleich 18 Minuten. Ich guck doch mal ganz kurz hier durch. Ich bin mir grad nämlich nicht sicher. Aber dann. Dürfte kein Plus. Doch, hier ist Plus. Oh Gott. Packt der mich ja voll hier mit den... Splashen da. Oh, hier ist auch noch was drin. Aber... Keine Lampe. Gut. Oder auch nicht gut. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniere mich. Gib doch nach oben. Schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss. Tschüss.